Mein Name ist Ingo Schulz, ich komme aus Rostock, betreibe dort eine Hypnosepraxis und bin auf Norbert gestoßen. Also ich kenne ihn schon eigentlich aus dem Fernsehen und wollte mein Spektrum noch erweitern und finde hier genau noch die Puzzleteile für meine Praxis, dass ich halt Leuten noch besser helfen kann. Und gerade auch der Bereich klinische Hypnose, also fand ich sehr spannend. Und auch das gemeinsame Projekt jetzt, die narkosefreie Operation mit Norbert gemeinsam eventuell in Rostock. Und ich habe halt auch noch nie eine Verbrennung mit 3000 Grad gesehen und wie schnell sowas heilen kann. Und ja, dann eine unheimliche Menschlichkeit im ganzen Seminar und so ein fundiertes Fachwissen. Das ist genau das praktisch, was mir noch viele Sachen ermöglichen kann. Mein Highlight war wirklich, dass wir die Demonstration gegangen sind, wirklich bis zur positiven Halluzination. Demonstration, die Nadel reingehauen, alles Mögliche, das ganze Spektrum ohne Wenn und Aber. Wenn es heißt Demonstration, okay, hier, zack, Personen auf dem Tisch, zu jeder Zeit, überall, Blitzhypnose, egal was. Habe ich bisher noch nirgends wo anders gesehen. Die meisten drücken sich da um. Oder machen die Dinge, lassen die Dinge gefährlicher erscheinen. Und hier ist es halt wirklich die Einfachheit und das Know-how gepaart mit dieser Menschlichkeit. Und trotzdem kann es schnell gehen. Und dasommt ihr nicht, 3000cm, Holzluft. Und das consisted als Hubbard Hungers boost. Und dann kommen die Einfachheit undουν. Und schlebt die Dinge. Und der Weinastes anwurs. Und da kommen die残für an. Was � 생각이 wieder. Das Ergebnis des newbornsBlack. Und dasлер Kindheit perام YouTube. Und jetzt kommt die Liebe zu sagen.